auf diesen scheiße ich auch was sagen ich auch nicht aber ich ziehe es durch ach bei dir webt die erde bei dir webt die erde hier schlafen ein und ich bringe auch noch in den scheiß hier diese drecks kanon aus dem ach komm hier ist mein scheiß pilz jetzt weg ich will nur dieses verfickte level schaffen wie jetzt was ist denn hier los willst du mich verarschen oder was was hat denn ich muss wahrscheinlich nach oben hindurch ich merks gerade ich krieg den kopf nicht zu ich muss den spiralturm wieder hoch geht dann auch schön toll ich könnte so heulen Moment irgendwie muss das hier doch gepackbar sein wie verarschen spiel verarscht mich nicht ist das jetzt dein scheiß ernst spiel wohl ja 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 für mich ist das gerade unglaublich schwer wenn er im spiralturm ist so schwer ist der wirklich nicht ich rede nicht vom spiralturm ich rede von roi ach so roi das ist na gut ja das ist ein bisschen schwer ja das ist ein bisschen schwer das gebe ich zu oh das gibts doch nicht du scheiße in welt 6 ähm level 4 oder 5 da weiß ich für welche welt ich nicht betreten werde ja ja controller fall aus du mich auch ich seh nämlich schon nach meinem bett gefällt das hier absolut nicht was ich hier sehe du hast nicht wirklich das level genommen du hast nicht wirklich das level genommen doch ich hab das level genommen welches level ist das denn nochmal ich verstehe nämlich gerade den sinn dahinter nicht hier ich verstehe dies nicht was für ein level ist der Feuer nicht hiermit springen damit ne hier bin ich erfunden ich bin ... hier bin ich ja runter gekommen ja voll ja 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 Ein dreckiger Sohn in der scheiß Füllkröte. Ich sehe gerade, wo ich hin muss. Ah, haha, haha. Da spiel neigst du den Ende zu. Oh, eine Wolke habe ich bekommen. Oh. Wie kommst denn du immer wieder, du blödes Ding, ey? Ja, mir geht gerade die Zeit aus, das gefällt mir gar nicht. Aber ich weiß theoretisch, wo ich hin muss. Jetzt. Jetzt musst du es praktisch nur rumsitzen. Das ist nämlich das Problem. Ach, leck mich doch am Arsch! Ich brauche beide, sonst klappt das hier nicht. Du hast doch nicht etwa jetzt wirklich... Oh, ey. Spiel, weißt du was? Und so hat er ja niekmal wieder alle Trümpfe in der Hand, um aufzuholen. Wenn die Gegner alle wiederkommen, dann bringt das auch so nichts. Was? Achso. Ach, hier muss man ja hoch. Stimmt, hier. Oh. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Ja, ich habe beide erledigt. Sehr schön. Das war um... Bist du durch? ...mehr Glück als Verstand. Und ich habe das Level jetzt geschafft. Hast du es geschafft? Jetzt habe ich das Level geschafft. Schade. Ja, ich weiß, dass du das schade findest. Das war auch mehr Glück als Verstand. Das war auch mehr Glück als Verstand. Was ist denn das? Das ist ein Hammer, Bruder. Okay. Oh, ein Hammerwerfer. Das Item. Nimm bloß nicht Level 6, 5. Genau, Marcel. Sag ich dir auch am besten. Danke, dass ihr mir gerade helft. Finde ich geil. Sogar mein Kontoreind hilft mir. Ist ja... Ist das geil. Ihr liebt mich. Hm. Ich will dir doch auch nur helfen. Ich will, dass du minimal eine Chance hast. Wir wollen jetzt das Fahrungsritual mit mir ausführen. Ich will nur, dass du wenigstens ein bisschen eine Chance hast. Ich habe schon die ganze Zeit eine Chance. Ich bin ja noch nicht auf Höchsttemperatur. Wann hast du eigentlich die Höchsttemperatur mal erreicht, mein Freund? Das wäre, glaube ich, mal... Das dauert bei mir sehr lange. Das ist normal. Ah, okay. Dann möchte ich mit dir nicht... Ähm, egal. Unter acht Stunden vor Spiel läuft bei mir nichts. Ja, das dauert mir zu lange. Zu lange ist meine Nacht nicht. Der Mann hat nicht mal Geduld. Hat halt das falsche Spiel gewählt, um die ich nichts gewinne. Das ist einfach so. Traurig aber war es. Muss ich mal so sagen. Was für eine Welt ist er jetzt? Ich bin immer noch Welt 6. Level... Ähm... Brauchst du mich was? Ich kann es dir gleich sagen. Ich habe gerade Level 7 geschafft. Ja, dann bist du wohl in Level 8. Genau, ich mache jetzt gerade das... Das Schloss. Das ist ein eisiges Schloss. Ach, nö. Das habe ich verkackt. Ich habe mein Item verloren. Yippie-yippie. Ach, Mensch. Warum klappt denn das mit dem Rutschen hier? Und warum treffe ich diesen Scheißblock nicht? Da ich gerade so guten Lauf hab. Ich werde jetzt mal die Hammerbrüder hier vernichten. Nein, die vernichten mich. Ich kann die Geister kaputt machen. Das ist jetzt dein Ernst. Du kannst die Geister kaputt machen? Nein. Ich habe so ein Hammerbruder-Dings hier. Genau. Ein Hammer. Ein Hammerwerfer. Geh ich hier lieber mal groß rein. Ja, wunderbar. Ob ich auf das falsche Level gewählt? Kann das sein? 6, 5. Äh. Ich kann die Froms auch mitmachen. Ich will mir gerade richtig Vorteile. Ach komm, tutet mich. Ich liebe die andere Welt. Ich liebe die andere Welt. Tutet mich. Ich bin nicht so erpicht darauf, diese Welt zu schaffen. Bin ich mal gespannt, was... Hä? Ne, ja, wollte ich gleich rein. Ich muss ein paar Leben entschulden. Ich habe... Was willst du mich verarschen? Ich habe... Bumm, bumm, mit einem Hammerschlag erledigt. Ich bin gerade so imba. Tut mir echt leid. Ich bin gerade echt imba. Ich fühle mich auch gerade sehr imba hier. Nein, du Wichser. Wieso kommst du runter, du Hure Sohn? Dreckiger Scheißwichser deiner Mutter. Jetzt habe ich mein Inba-Item verloren. Moment mal. Okay, ich bin im Eispalast. Das ist ganz schön rum. Nur mit der Ruhe. Das klappt schon, das klappt schon. Das ist relativ... Egal, Wolfels. Ich bin heute am Ziel. Na schön. Welt 6 ist leichter, als ich gedacht hätte. Wie viele Level kommen da jetzt noch? Äh... 32. 910. Ich glaube, ich... Nee, im Endeffekt ist es sowieso egal. Boah, Fick dich doch, Spiel! Farsch. Scheiße. Scheiße. die abkürzung geschafft das nächste Schloss erstmals Memory Ich brauch Items Münzen brauch ich nicht Das schaff ich doch nicht mitzuleben, Mann Ah, Mist Na gut, wesentlich etwas besser als nichts Scheißegal, 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 scheißegal Obwohl, ich hab doch das Schloss gemacht Müsste doch jetzt eigentlich der Weg frei sein Oh nein Nicht die Flöte nehmen Boah Boah, Schitzfeld 6 Nochmal Darüber Da rein